Was ist das für eine Frage? Was war das nochmal? Ah, wahrscheinlich ein Tisch für meinen Balkon. Ein Tab. Oh. Ich denke, die Tafel für heute, das ist toll. Eine Messe. Eine Messe. Ich meine, es war ein Schreibtisch, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Es kann auch ein Schrank gewesen sein, einfach. Ein Sofa. Ja, ich würde sagen, mein TV-Bord. Ich mache sehr viel zu Hause, würde ich selber sehen. Kleiderschrank. Ein Meubel, eine kleine Auto für mein Vater. Ein Kinderbett. Ein Kind. Ähm. Du weißt, das Ding, äh, äh, before, like, Stairs. So, he cannot crawl to the stairs. This thing, yeah. Ähm. Für meinen Sohn, ein kleines Zelt. Von der Kehr. Ähm. Mein Bett. Ähm. Essentisch. Wie ist es? Ja. Wie ist es? Wie ist es? Wie ist es? Wie ist es? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wie ist es? Wie ist es? Wie ist es? Wie ist es? Nein, nein. Wie ist es? 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 Wie kann ich es? Wie ist es? Bei mir ist es fair. Nein, wirklich nicht. Ich lebe es. Meine Freundin meinte mir, dass ich ... Stopp! Ich werde alles machen. Ich möchte es kaufen, weil sie es lief. Es ist gut. Das ist gut für mich. Ist leicht. Ja. Tatsächlich eine Kommode-Wickel-Kommode. Oh, my days, I don't know. Yeah, I got a small sofa recently, yeah. Yes, you said furniture, right? Yeah, I got a small sofa recently. A sofa, what you sit on. Yeah, couch. A sofa, you know a sofa, yeah? Yes. No, I've got a big one, but I needed a small one as well. Yeah.